Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute lösen wir das MP1S Death Track Flashback giveaway auf. Und zwar musstet ihr ja unter dem Video was ich da gemacht habe drunter spammen bzw. Kommentare schreiben. Es wurden 1922 Stück also Kommentare und jetzt lass uns gleich mal den Gewinner ziehen. Und das ist der Ultra Mega HD. Glückwunsch an dich, du hast 298 Kommentare insgesamt. Sind von dir für diesen 1.900. Also ist schon eine ordentliche Zahl sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht ob ich schon Glückwunsch gesagt habe, aber Glückwunsch an dich. Gut, das war es dann eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Es ist etwas kurz, aber ich will jetzt mal wissen, wie aktiv meine Community ist. Und ich sage jetzt mal, wenn dieses Video 30 Daumen nach oben bekommt, klatsche ich gleich das nächste giveaway raus. Was es genau sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, ich habe da noch ein bisschen Zeit, weil die 30 Daumen nach oben wird ja jetzt nicht so schnell kommen, also passieren. Ansonsten war es das dann auch mit dem Video. Könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, was für das nächste giveaway, den Skin, was ich da raushauen soll. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann sage ich auch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal.